Gladix und ich haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo ihr unsere Videos schon einen Tag früher sehen könnt und unter anderem auch exklusiven Content zu meinen klaren Spacehaven eSports bekommt. Falls ihr joinen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch gerne mit dem Support-Creator-Code SPACEHAVEN im Itemshop unterstützen. Ich denke mal, viele von euch kennen das Problem, dass ihr einfach keine Lust habt, alleine in der Solo-Q in Velo zu spielen und daher habe ich euch heute die besten Discord-Server mitgebracht, wo ihr Spieler suchen könnt, mit denen ihr spielen könnt und natürlich auch immer die neuesten News zu Valorant erhaltet. Ich würde auch sagen, wir labern gar nicht zu lange, wir starten direkt rein in das Video. Als allererstes haben wir den Chef-Strobel-Discord-Server, nicht wundern, nachher kommen auch auf jeden Fall noch aktivere Discord-Server, das heißt, das Ganze wird sich auf jeden Fall steigern, aber ich wollte euch den hier natürlich auch zeigen. Wir haben hier einmal Valorant, AimLabs, Valorant-Spielersuche und auch noch Random-Spielersuche. Als nächstes haben wir den Discord-Server von Carmo, der hat hier natürlich auch Valorant-News, Valorant-Chat, Valorant-Leaks und dann kann man hier noch Unranked- oder Ranked-Suche einmal machen, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ist zwar auch nicht so aktiv. Als drittes haben wir dann die Glatzen-Army von Stevie, ich denke mal, ihr kennt die von Rex und zwar könnt ihr dann hier auch gucken, gibt es hier zum Beispiel Valorant-Ranked-Suche. Dieser Discord ist auf jeden Fall aktiver und ich denke mal, hier werdet ihr auch ab und zu den einen oder anderen Mitspieler finden und hier gibt es sogar noch die Valorant-Patch-Notes immer. Als nächsten Discord-Server haben wir den Discord-Server von Rex und hier gibt es wirklich alles. Wir haben Valorant-News, Valorant-Chat, Valorant-E-Sports und natürlich auch Tipps und Tricks, was auf jeden Fall manchmal sehr, sehr hilfreich sein kann, falls ihr hier also Fragen habt, gerne in diesen Chat melden und natürlich auch Ranked, Unranked gesucht und so weiter und so fort. Danach haben wir den Lamy-Discord mit wirklich einer sehr aktiven Spielersuche, das heißt, hier schreiben so gut wie minütlich einfach Leute rein, die gerade einen Ranked suchen, die gerade einfach Bock haben zu zocken. Das heißt, wenn ihr hier einfach Leute sucht zum Spielen, kommt auf diesen Discord-Server, weil hier findet ihr zu 100% ein. Und der letzte Discord-Server ist der Valorant-Germany-Discord-Server, das heißt, hier gibt es auch nochmal einfach ganz easy eine Valorant-Suche, Unranked-Einladung, Ranked-Einladung, das heißt, hier könnt ihr euch dann auch natürlich nochmal Mitspieler suchen. Der ist nicht ganz so aktiv wie der Lamy-Discord, aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer, aktiver Discord. Und falls ihr natürlich auch gerne unserem Valorant- oder Fortnite-Clan beitreten wollt, dann kommt gerne auf den Space-Seven-Einladung-Discord. Hier könnt ihr euch dann einfach unter Valorant-Apply bewerben und natürlich könnt ihr auch im Player-Search ganz easy Mates für Fortnite oder Valorant suchen. Ich würde jetzt aber sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ihr wisst Bescheid, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, ich bin damit raus, haut rein und ciao.